So, Mädels, ich geh jetzt ein bisschen Space Engine nachsuchen. Also, wenn du im Krankenhaus bist? Nee, ich geh jetzt weg. Wie? Du verlässt uns? Ja, ich geh jetzt ein bisschen Space Engine nachsuchen. Okay. Dann vielleicht noch ein bisschen Arma und dann geh auch bald hin. Ja, hast du sie gespielt oder bis du gelaufen bist? Ja, ich bin in Elektro. Ach, willst du nicht mit uns spielen? Na, ich spiel Space Engine. Ich hab mir das vorhin runtergeladen und bin noch nicht dazu gekommen. Ja, machst du morgen. Komm, da hat jemand mit einer Mosin gerade geschossen. Und, da wartet ja gerade schon jemand auf mich. Komm, wir töten dich nicht. Wir geben dir eine Waffe. Nee, du. Munition. Na gut. Ich hab gerade keinen Bock auf den Wien. Gut. Bist du irgendwann mal, ne? Hm. User disconnected from your channel. Scherzer. Auch wie ne Mosin Schuss Untertitelung des ZDF, 2020 jetzt haben sie uns gehört naja wir waren es spannend halten so Hallo? Ja? Hallo? Bist du im Spiel? Ich hab keine Waffen, ich hab keine Waffen. Wir schießen, wir können nicht schießen, wir können nicht schießen, wir können nicht schießen. Hallo? Ist das German? Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Du bist so gut für mich. Bist du alleine? Habt ihr gerade draus noch nicht geschossen? Ich bin alleine, ja. Nein, ich hab nur einfach auf ein Zombie geschossen. Neh ich mal da hinten an der PC-Station? Nein, eben nicht, denn wer... Ja. Okay, dann ist da wirklich... Da ist eine Mosin, nicht? Auch mit Mosin hat er auf Händen geschossen. Oder M4. Ja, er hat dann an Mosin geschossen, in der Schule bin ich reingerannt. Da kam die Schuster ziemlich nah bei mir. Da bin ich wieder rausgerannt. Aber ich glaube nicht, ob ich da wirklich an jemanden gesehen habe, dann war da aber wirklich einer drin mit Tarnklamotten komplett. Wie hast du uns jetzt gesehen? Das ist ja... Ich bin weggerannt und dann hab ich die an Tierschlüsse gehört. Ah, und dann dachtest du, du kommst hier hoch. Und dann dachte ich wieder, der kommt der Mensch, der nicht killen will. So, das sehen wir wieder. Wir haben einen dabei. Schieß nicht auf ihn. Der Kollege war gerade auf... Wer ist das? Der Kollege war gerade auf Toilette. Er sieht dich jetzt, glaube er. Jawuselah. Jawuselah. Ja, wir machen gerade ein Let's Play so nebenbei. Du bist gerade aufgenommen worden. Cool. Ja. Zieh mal hier den geschmaltigen Hut. Schmaltigen Scheiße. Ey, auch Koppelhut. So, ja. Okay, dann könnt ihr ja hinterherlaufen, die Person die auf dich schießt. Auf jeden Fall. Ja. Und wir reden in ingame. Die hören uns. Was? Auf jeden Fall. Magst du auf den Schaes kommen, wo wir sind? Ich weiß nicht, ob das mit Tierschen nochmal in Daisy funktioniert. Ich spiele schon, ob du bist. Äh, wegen dem Schuss. Das kann sein, dass der Typ das an der Schule gewesen ist. Wir könnten ihn ja mal hochnehmen. Wir müssen aufpassen mit ihm. Ja. Der Hund wollte mich killen. Ja, dass ich dich nicht getötet habe, ist auch nur Glück. Ja. Ich war gerade abgelenkt. Ich habe irgendwas gemacht. Im Inventar. Aber du sprichst auch weiter. Ich denke wir... Okay. Gehen wir mal essen, bitte. Ich habe nur was. Da muss den Typ mal schlappen. Ich gehe mal hin, gucke genau, wo der ist. Und ihr holt euch den. Ja, könnten wir versuchen. Das wäre für ein Let's Play ganz gut. Ich habe nichts zu verlieren. Ja. Okay, wir kommen mit. Komm, wir holen ihn. Warte, warte, lass mich erst noch trinken. Lass uns kurz warten. Nicht vergessen, die hören uns. Okay, ich gehe hinten rum raus. Okay, da ist ein Champion gerade nach links weg der Wand. Die hört dich. Warte mal. Was hast du da geschossen? Ja, hab ich dich verletzt? Noch ein Zump. Okay, Franz. Das nehme ich ja auf. Okay, ich nehme das auf. Okay, ich nehme das auf, ne? Okay. Wenn du mal suchst SK2, du findest mich. SK2. SK2? Ja. Oder Vagas. Okay. Auf weiter. In die Hütte. Wow, das Deck hier. Ja. Mann, Zombies hinter uns. Gelbes Haus, gelbes Eckhaus, wäre nicht schlecht. Versteckt euch gelbes Eckhaus. Hier. Ja. Ich lass mich damit. Ich bin hoch. Sack. Ey, wir haben hier viel zu viele Homebys. Lass mal. Wo bist du denn Hof? Gelbes Haus. Ihr seid am Hof. Kommt da weg. Gelbes Haus? Ja, Eckhaus. Jetzt ist Eckhaus. Hier bin ich. Jetzt bin ich im Hof. Boah, fuck. Hast du wieder geschossen? Mhm. Boah, fuck. Ich blute, oder? Ich auch. Ich hab sehr viel Angst vor dem Bambi. Wenn wir alleine sind, ist es scheiße. Bist du im Haus? Na ja. Ich verbinde mich. Ja. Ach, das ist einfach mal neben dem Bambi. Wir müssen zusammenbleiben, sonst sterben wir. Wo bist du? Ich bin Bambi. Ich bin beim Gucken, ne? Ja, ist gut. Boah, der Teppis. Scheiße Mosienschüsse. Bist du da? Ich bin hier in dem Zimmer drinnen. Bist du Treppe hoch? Ich bin oben, ja. Aber... Ja, da, genau. Jetzt musst du hier aufpassen. Du kannst genau aus dem Fenster in die Feuerwehr reingucken. Ich kann dir hier gut Deckung geben. Aha, okay. Ey. Was? Äh, Kollege? Komm in das Zimmer rein. Ja, warte. Ich hab irgendwas geschossen, Alter. Hörst du das? Da schießen sie. Mhm. Diese Lächel. Es wär, es wär super, wenn du in unser TS kommst. Wenn wir die Adresse an dir geben, geht das? Wenn wir die Adresse an dir geben, geht das? Nein. Okay, dann lass mal. Nein. Ich seh hier keinen, Digga. Ich hab da hinten jemanden gesehen. Bei uns? Bei uns jetzt? Äh, der bei äußeren Feuerwehrwache. Okay. Oh, bei der Feuerwehrwache. Ja, komm mal mit. Ich geh mal kurz in die Schule, da. Mal gucken, ob da drückt noch. Alles klar. Halt uns. Wo ist eigentlich Yogi? Ah, der ist, äh, der hat sich verabschiedet. Er meinte, er will ein anderes Spiel spielen. Ja. Der ist, der ist echt so fit. Er meint, er ist jetzt in Elektro, aber es wird ihm zu gefährlich, oder so. Und dann ist er gegangen. Der tippt neben uns hier, der ist ja seltsam, nicht? Ähm. Der will nicht ins TS, soll man ihn abknallen? Äh, ne. Ja. Ich bin bisschen, bisschen. Seid ihr? Warte mal, der hat, glaub ich, jemanden. Ja. Ah, okay. Wir sind noch da? Aha, okay, okay. Ja, in der Schule ist einer. Mosen. Okay, dann komm hoch. Wenn ich seitdem hoch geh, ich. Ja, ich versuch's. Ganz nach links hin ist der ein. Ja. Das ist ja dritt. Ich geh noch mal eben vor, und sollen wir's dann holen? Wenn wir zur ersten Treppe hoch müssen, dann nach links. Ganz da hinten. Ne, da ist, äh, da ist jetzt da drin. In der Schulter, ja? Ja. Ich geh euch noch mal eben vorgehen, den bisschen ablenken, und hier kommt die Serumkneite dann weg. Okay? Irgendwie sowas. Warte, warte, warte. Vielleicht einfach nur... Ich hab zu lange mein Charakter hier, um sowas zu machen. Ja, lass uns mal schnell machen hier. Ja, der will nur Köder machen. Und wir sollen ihn abballern. Ja, guck mal, wo er ist. Wenn's geht, lass ihn in den Gang kommen. Hm. Das sieht man hier aus nicht. Der ist ja nicht ganz oben, der ist genau. Da wo das Fenster ist. In dem Gang ist der drin. Ja, weil guck ich rein. In der Schule drin. Naja, in der Schule drin. Aber in einer Räume drin. Na ja. Okay, wenn er rauskommt, habe ich ihn, ja? Okay. Theoretisch. Ich versuch's nochmal. Wo ist der? Hier, du müsstest dich hinter mich stellen. Ja, stell dich hinter mich. Auch da oben oder was? Ja, aber stell dich hin, so schießt du mir in den Kopf. Und damit wir nicht ganz alleine bleiben, Da ist unser Kollege. Ist er schon drin? Ich bin gleich sehen mit dem Kopf, wie gut. Mein Typ ist extrem hungrig. Ja, da will ich das. Hey, dass er uns gefunden hat, meine Fresse immer nicht. Auf einmal stand er da. Hallo, hallo, hallo. Ach, na gut, ich hab mich mit dem M4-Monitor verraten. Hm. Der redet doch mit dem auch, Digga. Was meinst du? Aha, das war uns hier. Hörst du uns noch? Ne, ne, der ist drüben in dem anderen Haus. Hm, nein, ich wollte nur gucken, ob der uns fährt und der andere auch. Okay, dann muss ich die Tür bewachen. Ja, nein. Nein, der steht Starving. Ja, ich bin, ich bin auch lustig. Und hungrig sowieso. Bald. Redet der mit dir grad? Nein. Dann redet der mit dem anderen, weil ich hab mir grad grad reden können. Das ist so ein linker Spieler, ne? Hätten wir abschütteln. Der macht so lange, bis genug übrig bleibt. Knall, knall jeden ab. Scheiße, da ist dann wieder, ich bin wieder. Du hast mit ihm gesprochen. Dann bewegt dich da nicht raus. Hast du mit ihm gesprochen? Ich hab ihn, ich hab ihn angesprochen, aber der antwortet nicht. Ach so, okay. So wie du Schüsse gehört. Ja, wir haben Schüsse gehört. Geh hoch oder runter, schieß du im Weg. Weißt du die Schüsse nicht gehört? Kommt ihr mit rüber in die Schule? Nein, jetzt schießt jemand. Komm mal hoch. Schüsse, Schule, äh, Kirche. Ich brauch was zu essen, Digga. Warte mal, bleib mal oben, ich guck mal hier. Scheiße, keine, nur Tomaten, die kaputt sind. Was, ey, Leute? Halt er mich noch? Vorsicht. Ja. Zieh ihn nicht auf mich. Er hat ne Waffe, ey. Geh hoch, bitte. Ich hab hier, äh, die Pumpe gefunden, die ist eh leer. Ich will nur ein bisschen Angst machen. Ja, aber woher kommt der Schuss? Ja. Ja, woher kommt der Schuss? Er hat ne Waffe. Da ist die leer. Ich will nur ein bisschen Angst machen. Wischst du, woher kommen die Schüsse? Oder wenn ich da hin? Ja, wo sind, wo kommen die her? Ja, komm mal hier drüben in den Dorf, vielleicht kannst du das lokalisieren. Ich kann das nicht, woher die Schüsse kommen, woher die Schüsse kommen. Ich glaube, die kamen aus dem Wald. Für mich hat die jetzt irgendwie alles, als würde die von links kommen, also von hier aus gesehen. Okay. Ja, ja, ja. Fuck, ich bin extrem die hungrig, gell. Von dem Berg da vielleicht? Trink mal Wasser. Ja, ist gut möglich. Ja, ist gut möglich. Entschuldigung. Hast du was, hast du was zu trinken, also zu essen? Alter, weißt du was? Wir müssen gehen. Was ist die Schule? Ich guck nochmal in der Schule wegen dem Typen. Weil, falls er weg sein sollte, können wir ja rüber gehen. Dann haben wir bessere Sicht und sind sicher geschützt. Ja, ist gut. Ich muss was trinken. Er redet mit jemandem. Ja, wo bist denn du, Digga? Im gelben Haus, immer, oder? Da hinten rein. Das Eckhaus. So, bei Flo und mir. Fressen brauch ich auch. Ja, Alter. Ich auch, ey. Ich hab' verschiss, dass ich gleich bewusstlos werde. Was, bist du im Laden? Ach, du bist hier. Ja, ich hab' die Klette hoch. Okay, 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 okay. Wollen wir mal kurz in die Schule gehen? Lass uns mal in die Schule gehen, komm, scheiße, komm. Nein, 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 Vorsicht, da ist einer. Und in der Schule ist kein anderer. Häuser? Na, geh doch rein, ja. Aber wenigstens, wir looten ein Haus noch gegenüber. Na gut. Ja komm, bevor wir jetzt hier eine Stunde rumgurken. Okay. Aber lass uns gleich hochgehen. Mhm. Gleich ganz hoch. Mhm. Gleich ganz hoch. Ich bin zweiten Stock, ersten Stock da. Ja, im ersten Stock. Vorsicht. Ich knall ihn ab. Der nervt mich. Mach auf, Mann. Mann, ich trau ihn nicht, der Klette. Siehst du? Siehst du? Was wollt? Was ist denn? Ich hab ihn ab. Ja, komm zurück. Ja. Ich blute wie ein Schwein. Ja, passt schon. Ich hab meine Bandagen, eine Bandage ist kaputt. Soll ich dir welche geben? Sag. Beschütze. Nein, 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 ich hab. Beschütze die Tür. Geh nicht in den Gang raus. Du wirst abgeknallt. Nein, nein. Leck zu, Alter. Scheiße. Hat der auf dich geschossen? Ja, Mann, der hatte Munition sogar. Und der hat Mosen Schuss. Ich nehm mal mit, was da geht. Scheiße. Entweder loggen wir. Vorsicht, Vorsicht. Nicht im Gang bleiben. Ich glaub... Ich glaub, dass hier keiner ist. Ich glaub, dass der Typ uns nicht verarscht hat. Ja, und wer hat auf mich geschossen? Ich hab nicht auf dich geschossen. Ja, der hat auch geschehen. Er hat auch nicht... Ohne Morphium-Spritze. Ich werd abgeschossen. Fuck. Irgendwas hat jetzt grad auf mich geschossen. Wo bist du? War oben auf dem Dach. Ich glaub, die haben durchs Fenster auf dich geschossen, Digga. Ja, so ist es. Also, ich muss mich jetzt aus dem Staub machen. Sonst rein schossen und ich bin weg. Ja, lauf mal weg, oder? Runter aus dem Haus und zurück, wo wir herkommen. Am gelben Haus vorbei. Ja. Richtig Feuerwehr? Okay. Ich bin ganz unten. Wo ganz unten? Ja, ich bin im gelben Haus jetzt. Achso, ja. Und raus und gelbes Haus vorbei. Hier. Hier. Wo bist du? Vor dir. Schau dich um? Okay, hier in eins der Häuser. Am besten rechts, äh links. Entschuldigung. Ja. Ja, da haben wir den Desktop gleich rein, oder? Ja, hier. Mhm. Und rein, 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 rein. Hoch, hoch. Hier am Boden. Ich brauch halt echt was zu essen langsam, Alter. Ja, vielleicht finden wir oben was. Ja, vielleicht finden wir oben was. Ja, 100 pro hat er sich irgendwo, muss er fast Leute gelockt haben. Hier hast du Mosel-Munition. Leg ich dir mal... Warte mal, die Dose mach ich auch auf und dann hast du hier eine Dose. Wow, da steht ein Zombie auf der Straße und steckt um sich her. Sicher mal die Tür von unserem Haus. Mhm. Also irgendwo bin ich mir fast sicher, dass der gelockt hat. Der Typ, der mit uns war. Ja. Ey, ich weiß nicht wer das war, aber er hatte zwei Schüsse dabei. Und... Was läuft denn mit uns da rum, wenn er mit uns... wenn er uns nicht abbahern will? Der will uns nur halten, uns irgendwo hinlocken... ...und dann bleiben wir liegen. Der kann sich aus dem Staub machen. Fertig, ich hab keine Zeit für sie. Ich kann meinen Jucksack nicht reparieren mit dem Syrien-Kit. Konntest du essen? Ja, ich hab schon gegessen. Ich hab neun Millimeter-Patronen, falls du brauchst, ne? Mhm. Fuck, wir hätten den Typen Blut abnehmen können. Geht das bei Leichen? Und dann? Ja, wenn er die selbe Blutgruppe hat, klar. Ne, wir hätten ja jetzt zwar eine Blutdruckgruppe dann irgendwie wahrscheinlich testen können. Ich hab ja A+. Achso. Aha, du hast wenig Ding, ne? Ich hab, glaub ich, null Minus. Ja, komm mal zu mir. Weil du wenig Blut hast. Du bist doch grad getroffen worden, oder? Mach mir nichts, was du nicht... Komm her, komm her. Ja. Denkst du, dass du mir wirklich was geben kannst? Ich geb dir den Celine Back. Okay. Nicht bewegen, ich hab jetzt grad angefangen, ne? Ich hab doch gesagt, dass ich noch einen hab. Schieß dich auf mich, schieß dich auf mich, sagt er. Also bei mir steht, dass du einen starken Puls hast jetzt. Okay? Okay. Ich glaub... Die Graf... Oh, jetzt war der Wodka ein bisschen stark. Nee. Aber die Grafike wird ein bisschen schärfer. Ich griff ein bisschen rum. Hä? Unter uns ist keiner. Neben uns auch keiner. Danke. Aber eigentlich... Ist das... Oh, Mann, ich wurde ja geschossen. Und? Ja, alles Badly Damage empfohlen. Bei mir ist nur der Rucksack Badly Damage und Soldat. Ich bist pristine. Scheiß, Mann. Ey, alles kaputt. Oh, fuck, Mann. Okay, das hab ich schon. Brauchst du neue Bandagen? Ich hab noch... Okay, hier hab ich noch... Ich kann dir Bandagen abgeben, ich hab genug. Ja, zwei Stück, ganz super. Hab ich jetzt eigentlich... Ja, sag, warte. Warte. Hört umsortieren hier. Ich glaube, wir müssen... Warte, ich schmeiße welche jetzt hin, ne? Ja. Ja, ich hab dir... ...soweit man da schon hingelegt. Danke. Also, ich müsste auch mal wieder normales Essen luden. Da liegt noch eine Bandage, ne? Eine gute. Ich hab schon wieder Schüsse gehört, oder? Ja. Ich hab schon wieder Schüsse gehört, oder? Ich hab schon wieder Schüsse gehört, oder? Ja. Jetzt haben wir einen Feind mehr. Ja. Ich hab schon wieder... Ja. Ja.